Liebe Studierende, herzlich willkommen zur Videolösung 3. Das Thema ist der elektrostatische Satellit, wo wir einen Satelliten betrachten, der in einer Höhe von 300 Kilometern über der Erdoberfläche die Erde umkreist. Die Erde hat einen Radius von 6400 Kilometer. Diese und die anderen Größen sind in der Aufgabenstellung ja gegeben. Als erstes wollen wir ausrechnen, wie groß ist die Gravitationskraft der Erde auf diesen Satelliten. Die Gravitationskraft ist jetzt hier aufgeschrieben. Wir haben also ein negatives Vorzeichen für die anziehende Kraft, die newtonsche Gravitationskonstante, Masse des Satelliten mal Masse der Erde, dividiert durch jetzt den Gesamtabstand vom Massenschwerpunkt der Erde, also Re plus H in Klammern zum Quadrat, eingesetzt. Newtonsche Konstante. 2000 Kilogramm ist die Masse des Satelliten. Die Erde hat, wie angegeben, 6 mal 10 hoch 24 Kilogramm und hier ist die Summe der beiden Größen 6400 und 300 Kilometer in Klammern quadriert. Alles einsetzen. Sie wissen wieder, wenn wir in SI-Einheiten arbeiten, dann sollte ja nachher Newton rauskommen. Allerdings zum Beispiel seien Sie vorsichtig. Kilometer ist natürlich keine SI-Einheit. Das heißt, hier müssen Sie ordentlich 10 hoch 3 Meter einsetzen. Tun Sie das, bekommen Sie als Einheiten Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat. Das sind gerade Newton. 1,8 mal 10 hoch 4 ist 18 Kilo Newton. Negatives Vorzeichen. Wenn Sie sich das anschauen, 18 Kilo Newton, dann ist das ungefähr eigentlich auch das, was Sie erwarten würden, wenn Sie sagen, das ist gerade die Masse mal der Erdbeschleunigung m mal g. Auch hier wieder haben wir ein negatives Vorzeichen hingeschrieben mit der Erdbeschleunigung. Jetzt nicht wie hier auf der Erdoberfläche von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, sondern etwa 9 Meter pro Sekunde Quadrat in der Höhe davon 300 Kilometern. Meter pro Sekunde Quadrat. Im zweiten Aufgabenteil wollen wir jetzt eine elektrostatische Anziehungskraft zwischen dem Satelliten und der Erde betrachten, die genauso groß sein soll wie die Gravitationsanziehungskraft. Und zwar dadurch, dass wir Wasserstoffatome ionisieren und die Elektronen auf den Satelliten bringen und die Protonen auf die Erde. Die Ladung auf dem Satelliten heißt dann Qs, die auf der Erde Qe und die elektrostatische Anziehung zwischen den beiden ist dann einfach 1 durch 4 Pi Epsilon 0, dann das Produkt von den beiden Ladungen, dividiert wieder durch das gleiche Abstandsquadrat, wie wir oben schon bei der Gravitationsanziehungskraft hatten. Und diese elektrostatische Anziehungskraft ist jetzt gefordert, dass sie gleich der Gravitationsanziehungskraft ist. Und wir wissen noch was über die Vorzeichen dieser Ladungen. Und zwar haben wir auf die Erde die positive Ladung gelegt. Die hat das andere Vorzeichen von der Ladung auf dem Satelliten und die wollen wir gerade mit Q noch abkürzen. Also die positiven Ladungen sind die Ladungen Q. So mit Qs und Qe mit dem unterschiedlichen Vorzeichen hier können wir diese Gleichung jetzt nach Q auflösen. Wir müssen nur das Vorzeichen, was wir hier haben, was uns die elektrostatische Anziehung macht, zu dem Fg rübernehmen. Also haben wir ein Minus Fg unter der Wurzel mal 4 Pi Epsilon 0 mal hier das noch hoch multipliziert Re plus H Quadrat. Wir setzen wieder ein. Wir haben die Minus 18 Kilo Newton. Das heißt, hier haben wir was Positives stehen. Die sind bekannt. Die sind bekannt. Eingesetzt ausgerechnet 9,4 mal 10 hoch 3 Coulomb. Wenn wir wissen, dass die Elementarladungen 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb sind, dann erhalten wir aus dem hier 5,9 mal 10 hoch 22 Elementarladungen und das entspricht 0,1 Gramm Wasserstoffatome. Sie wissen ja, dass ein Gramm Wasserstoffatome gerade ein Mol ist. Also 6 mal 10 hoch 23 Wasserstoffatome und hier sehen Sie, das ist etwa ein Zehntel davon. Wir schauen uns hier nochmal an, was wir ausgerechnet haben. Wie sieht das Szenario aus? Wir haben den negativ geladenen Satelliten hier. Wir haben die Protonen auf die Erde geschaufelt. Hier ist die Erdoberfläche gezeichnet. Und wir können annehmen, dass sich diese positive Ladung auf der Erde entweder auf der Oberfläche gleichmäßig verteilt hat oder auch die Erde homogen füllt. Zumindest können wir das Problem so behandeln, als wäre die gesamte positive Ladung im Zentrum der Erde hier vereint. Wir haben dann die elektrostatische Anziehung zwischen diesen beiden ausgerechnet. Die war so groß wie die Gravitation. Und wenn wir das getan haben, dann hatten wir hier diese Ladung auf dem Satelliten. Das Problem bei dieser Betrachtung ist jetzt, dass die Erde ein sehr guter Leiter ist. Und wir haben eigentlich ein anderes Setting zu betrachten, nämlich wenn Sie hier eine negative Ladung haben und hier eine ideal leitende Oberfläche haben, dann werden Sie Feldlinien kriegen, die senkrecht auf dieser leitenden Oberfläche stehen, die sich ausrechnen lassen, dadurch, dass Sie das Problem lösen, mit einer Spiegelladung hier. Die ist im gleichen Abstand, also wenn wir den Satelliten in der Höhe h haben, dann ist sie im gleichen Abstand von der Erdoberfläche einfach in der Erde drin, bei minus h von der Erdoberfläche ausgemessen und hat also entgegengesetzt gleiche Ladung. Und unser Problem hat sich verändert. Diese Ladung hier im Zentrum ist immer noch da, aber wir haben eine genauso große Spiegelladung hier, die viel näher ist an unserem Satelliten. Und dieses Szenario müssen wir jetzt auch ausrechnen. Jetzt habe ich Ihnen hier die elektrostatische Anziehungskraft für dieses Szenario aufgeschrieben. Wir haben also die Spiegelladung hier einbezogen. Ich habe die mal Qs' genannt. Die ist entgegengesetzt gleich zu Qs und ist genau gleich zu Qe, die hier sitzt. Wir haben in dem Term jetzt den, den wir schon kennen, die Anziehung zwischen Qs und Qe. Und wir haben neu dazugekommen die Anziehung zwischen Qs und Qs' hier beschrieben. Und der Abstand zwischen den beiden ist gerade 2h, also dividiert durch 2h². Das soll jetzt gleich der gravitativen Anziehung sein. Diese Kraft, diese Anziehungskraft ist jetzt deutlich viel größer als wir die Kraft vorher hatten, weil wir sehen hier diesen Term und diesen Term und der ist etwa zwei Größenordnungen größer da. Deswegen kann ich, wenn ich nach Q auflöse, hier auch nähern und nur den Term mit betrachten und den vernachlässige ich gegenüber dem anderen. Dann habe ich also für Q aufgelöst wieder minus Fg, 4pi y0, wie oben. Und es steht jetzt das andere Abstandsquadrat da, 2h in Klammern zum Quadrat. Setzen wir wieder alles ein, erhalten wir 850 Coulomb. Das ist jetzt nur noch etwa eine Größenordnung weniger Ladung. Und wir haben dementsprechend dann auch etwa 5,3 x 10 hoch 21 Elementarladungen. Entsprechend 9 mg Wasserstoffatome. Im letzten Aufgabenteil geht es jetzt darum, das Potenzial auszurechnen, was diese 850 Coulomb, die auf dem negativ geladenen Satelliten hier sind, gegenüber der Erdoberfläche haben. Um dieses Potenzial ausrechnen zu können, muss ich also das Integral bilden. Hier minus das Integral von der Erdoberfläche, die ist im Abstand h, bis zum Abstand Radius des Satelliten über das elektrische Feld dr. Wir sollten uns auf der Skizze hier kurz verdeutlichen, wie die elektrischen Felder aussehen. Wir haben hier den Erdmittelpunkt. Da sitzt die Ladung Qe. Ich habe jetzt in den Satelliten den Ursprung gelegt und messe von hier. Im Abstand h ist die Erdoberfläche. Im Abstand 2h sitzt die Spiegelladung. Und hier diese Länge ist dann nochmal Re minus h. Wenn wir die abfallenden Felder anschauen, dann sehen wir vom Erdmittelpunkt aus gesehen, fällt das Feld von Qe hier wie 1 durch r² ab, von hier aus gemessen. Das Feld der Spiegelladung hier fällt auch wie 1 durch r² ab. Und dieses Feld, was wir hier vom Qs im Satelliten haben, fällt hier in der Richtung wie 1 durch r² ab. Die Beiträge, die wir für dieses Integral jetzt von diesen Entfernungen 300 km haben, sind vernachlässigbar klein, weil quadratisch klein gegenüber den Beiträgen, die wir hier aus dem Abstand von einigen Metern haben. Der Radius des Satelliten ist ja nur 1 m. Das heißt, ich werde mir das auf die Aufgabe vereinfachen. Der Beitrag hier ist sowieso schon vernachlässigbar. Der Beitrag von der Spiegelladung hier ist genauso klein wie der Beitrag von diesem hier blau gezeichneten Feld im Abstand h. Und zwar auch vernachlässigbar klein gegenüber den anderen. Das heißt, ich werde dieses Integral nicht von h bis rs ausführen, sondern aus dem Unendlichen bis rs. Das ist natürlich eine Näherung, aber in dem Sinne eine zulässige. Also diese Vereinfachung sieht jetzt so aus. Wir integrieren vom Unendlichen bis rs, allerdings nur über die blaue Kurve. Die roten Beiträge hier vernachlässigen wir, wie eben erklärt. Und das heißt, ich kann jetzt einsetzen und direkt das Integral bilden. Das heißt, ich finde 1 durch 4py0 qs durch rs. Dieses Minusvorzeichen hier, das wird gerade mit dem Minus von der Integration von dem 1 durch r² sich aufheben und ein positives Vorzeichen geben. Wenn ich dann meine Ergebnisse hier von 850 Coulomb und meinen bekannten Radius einsetze, erhalte ich hier minus 7,6 mal 10 hoch 12 Volt für die Spannung zwischen Satellit und Erdoberfläche. Es ist noch interessant, sich anzuschauen, wie unser U mit den anderen Größen zusammenhängt. Wir sehen hier, U ist proportional zu Qs. Also klar, je größer die Ladung auf dem Satelliten wäre, desto größer wäre auch die Spannung. Das Qs selber ist wieder proportional zu h. Das hatten wir hier in der Näherung erhalten, wo es zu Wurzel aus h² proportional ist, also proportional zu h. Das heißt, je höher der Satellit ist, desto größer ist auch das Potenzial. Das U ist aber auch umgekehrt proportional zu RS. Also je kleiner der Satellit ist, desto größer ist auch das Potenzial. Das haben wir vor allem da gesehen, weil die maßgeblichen Beiträge überhaupt zum Potenzial kamen aus direkter Nähe zum Satelliten. Und je kleiner wir den machen, desto höher wird natürlich hier diese 1 durch r² Funktion anwachsen. Also insgesamt haben wir gesehen, wie wir Spiegelladungen benutzen können in dem Problem hier und auch benutzen müssen, weil wir sonst um mindestens eine Größenordnung in der Ladung bzw. um zwei Größenordnungen in der Kraft das falsche Ergebnis bekommen. Wir haben gesehen, dass es bei einigen Aufgaben sinnvoll sein kann, die Größen von Beiträgen anzuschauen. Sehen Sie hier, dieser 1 durch r e² ist zum Beispiel winzig gegenüber diesem 1 durch 4 h², wenn Sie es ausrechnen. Das heißt, wir haben, um das q auszurechnen, hier eine Näherung gemacht. Die ist sicher zulässig. Wenn Sie einfach die Größen einsetzen, dann sehen Sie, dass Sie etliche Größenordnungen und Differenz hier drin haben. Und des Weiteren haben wir die Näherung gemacht, dass wir, um dieses Integral zu lösen, die Felder hier von der Ladung im Erdmittelpunkt oder wo der Schwerpunkt im Erdmittelpunkt ist und auch die Spiegelladung in dem Beitrag hier zum Potenzial vernachlässigen konnten. Und weil an der Erdoberfläche schon das Feld so klein ist, wir statt von h aus auch von unendlich aus integrieren konnten. Ich hoffe, Sie fanden das instruktiv und freue mich auf die nächste Videolösung. Liebe Studierende, seit wir die Videolösung aufgeschaltet haben, ist eine Woche etwa vergangen. Sie sehen, wir haben etwas weiter nachdenken müssen und ich muss zugeben, in der Aufgabenlösung, in der Videolösung, hat sich ein Fehler eingeschlichen und ich habe mich entschlossen, den mit so einem Zusatzbeitrag zu beheben und nicht die Lösung zu korrigieren und neu aufzuschalten, damit Sie auch sehen, dass wir Fehler machen können und dass Fehler passieren. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten die Erde, wir hatten den geladenen Satelliten, der hatte eine negative Ladung. Wir haben dann eine positive Ladung in der Erde gehabt und haben dann gesagt, jetzt haben wir die Spiegelladung, die hier oben entsteht. In dem Moment ist der Fehler passiert, dass ich gesagt habe, diese Ladung hier im Zentrum bliebe da. De facto muss die Gesamtladung auf der Kugel ja erhalten sein. Also wenn wir Gesetz von Gauss anwenden oder sowas, wir können da drin zwei Ladungen verschieben, aber wir können keine neuen generieren. Das heißt, diese Ladung hier, die verschwindet, die gibt es nicht mehr, die ist in dem Problem jetzt hier als Spiegelladung da. Rein praktisch bedeutet das für die Lösung, die Sie gesehen haben. Wenn ich Ihnen das Blatt nochmal zeige, dass wir den Term, den ich hier hingeschrieben habe, der kam von dem Beitrag, hier gerade dieser Ladung, die im Zentrum saß, der positiven, dass der nicht mehr da ist. Der ist weg. Ich streiche den mal durch. Das heißt, die Ladung, die ich nachher ausgerechnet habe, stimmt trotzdem, weil ich habe schon an der Stelle vernachlässigt diesen Term gegenüber dem. Der ist bei weitem dominant. Und hier dieser kleine Beitrag, der ist hier vernachlässigt worden, aber de facto ist er tatsächlich null, weil er gar nicht da ist. Der Fehler ist zum zweiten Mal aufgetaucht. Dann hier, wo ich gesagt habe, wir haben noch diese Ladung und wir sehen hier den Abfall des Effekts dieser Ladung. Auch das ist falsch. Das ist nicht da. Den Beitrag gibt es nicht. Und auch da wieder das Ergebnis stimmt, weil wir haben, als wir das Potenzial ausgerechnet haben, haben wir diese rot eingezeichneten Beiträge beide vernachlässigt, weil wir argumentieren konnten, dass die größeren Beiträge hier erst kommen, wenn wir an die Integrationsgrenze kommen. Wir haben hier der Radius vom Satelliten, der ist so klein gegenüber diesen 300 Kilometer großen oder 6000 Kilometer großen Größen, dass der bei weitem alles dominiert, um viele Größenordnungen. Deswegen diese Beiträge haben wir schon weggelassen. Aber um es genau richtig zu machen, der da ist exakt null. Und das ist eigentlich schon die ganze Änderung, die wir vornehmen müssen. Aber Sie sehen, die Vernachlässigungen sind sicher erlaubt. Das ist gut. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, wenn Sie irgendwo größenordnungsmäßig irgendwas weglassen können, dann ist das gut, wenn Sie es begründen können. Andererseits muss es auch qualitativ stimmen. Und qualitativ waren die Sachen so, dass ich dachte, das muss ich Ihnen noch richtig darstellen. Also denken Sie dran, wenn wir bei so einem Problem hier, wo wir am Anfang eine Gesamtladung haben, ein Spiegelladungsproblem machen, dann bleibt diese Gesamtladung auch erhalten. In diesem Sinne, bis zur nächsten Videolösung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.